Wer ist schon Alexander? Ja, wer ist schon dieser Herkules? Und Hector und Plisander, diese sind doch nichts Besonderes. Doch von allen Helden dieser Welt sind keine, so wie wir vollkommen. Mit Hau-Hau-Hau-Hau-Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Oh, die antiken Helden, ja, sie kannten kein Wölfer und kein Blei, noch unsere Musketen und die Kugel der Kanoniererei. Doch wir Tafeln, Jungs, kennen es war Wahnsinn, klingt schon unsere Ängste. Mit Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Wann immer uns befohlen, kühl gestürmt wird jede Festung sein. Lasst Handgranaten holen, werft sie in die feine Schanzerei. Und der Hauptmann geht dem Sturm voran, die zum Sturkippe rein zum Schusse. Mit Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Und ist die Schlacht zu Ende, die Belagerung ein Erfolg, dann löschen wir die Brände, zu uns jubelt das befreite Volk. Und der Bürger ruft, hüpp, hüpp, hurra, hochleben die Britzen Grenadiere. Mit Hau-Hau-Hau-Hau-Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. Wir Grenadiere brüllen, lange Lebe ihrer Majestät. Nun lasst den Pumpen füllen, den sich feiern, bis die Sonne aufgeht. Für das Empire stehen wir bereit, auf uns kann man sich nicht verlassen. Mit Hau-Hau-Hau-Hau-Hau-Hau ziehen Grenadiere ihrer Majestät. mit Hau-Hau-Hau.